Einen Tag vor dem angekündigten Beginn der Einleitung kontaminierten Wassers aus der japanischen Reaktorruine Fukushima ins Meer ist der Streit zwischen Regierungspartei und Oppositionslagern Südkorea weiter eskaliert. Die regierende Parteimacht des Volkes forderte die Minjoo-Partei Koreas auf, mit deren Angst Marketing aufzuhören. Die führende Oppositionspartei kündigte dagegen einen erbitterten Kampf gegen Japans Plan an. Die Regierungspartei hielt heute mit der Regierung eine Dringlichkeitssitzung ab und sagte, dass die Wissenschaft und Fakten von Bedeutung seien. Sie wies darauf hin, dass sich die USA und Kanada nicht gegen die Wassereinleitung ausgesprochen hätten, obwohl das kontaminierte Wasser diese Länder früher als Südkorea erreichen werde. Sie warf der Minjoo-Partei vor, die Wassereinleitung zu einem politischen Streitgegenstand zu machen. Fraktionschef Yunjeo kritisierte, dass die Minjoo-Partei erneut mit Anti-Japanismus und Angstmarketing die Öffentlichkeit beunruhige und für einen politischen Streitsorge. Dagegen prangerte die Minjoo-Partei an, dass Japan wieder eine Katastrophe herbeiführen wolle, nachdem es schon mit seinem imperialistischen Aggressionskrieg das Existenzrecht der Nachbarländer bedroht habe. Japan hatte angekündigt, am 24. August mit der Verklappung zu beginnen.